. Guten Tag, wieder auf. 20 vor 4. Die Cap neigt sich im Finale an. Süße Resümee. Und dann noch der Cap ne war die Kerl. Ich bin der Felix. Gut. Gut. Oh, ihr seid schnell. Ich stehe in. Oh, Alter. Alter, Junta. Helmut, erzähl doch, wie gesagt. Oh, Alter! Warte, 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 warte. Ich bin der Zwick da. Ja, es ist Schwarz, du hast. Haha, ha ha ha. Warte und du? Unschuldig schweben. Unschuldig schweben. Haha, ha 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 ha. Ich hab 10, mach ich gut. Ich mach jetzt ja auch um, Letto. Ich konnte es nicht zuhause. Ich schade, danke. Ich gewinne 1, wenn ich hab's gehabt. Theo! Theo ist der einzige Gewinner, wenn ich hab's gehabt. Jetzt sind wir beim 1, wo wir reden. Ja klar, immer noch. Ja auch jetzt 6.45 Uhr, die Wendestockerätzung. Ey, komm mal nicht so schnell auf mich zu, ey. Du wärst so groß noch. 6.45 Uhr, die Wendestockerätzung. Das ist gut. Ich glaube, ich kann es uns abgewischt noch. Da geht's hier woran? Es ist Montagmittag. 6.45 Uhr. Mir reicht es ins Finale. Und... Wir feiern Camp! Gehen wir sie gerne im Hörbuch, ne? Camp! Und über 6.45. Der Lombi gibt uns den Weg. So, wir sind noch 2. Wir sind 2.45 Uhr. Wir fahren mit der Montag. Rechnen Sie eine Platsche. Und das Tor, wir fahren hier. Wir fahren hier. 100.45 Uhr. 0.45 Uhr. Der Montag. B Fernando Schicks. Jetzt auf dem wir wissen, was ihr es verbaut. So, das waren wir Montag. Ich glaube wir heute endlich auch mal Verbrennen. Bauf! 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 Untertitelung des ZDF, 2020